Oh, ich wünsche euch frohe Oster, liebe Leute. Oh nein! Der Osterhase! Hopp, 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 ich leg ein Osterei. Hopp, hopp, ich versteck es 1, 2, 3. Hopp, hopp, schon beginnt die Sucherei. Finden, essen, hab viel Spaß dabei. Eier sind lecker, ja, Eier sind lecker. Ich freu mich, wenn ihr meine Eier esst. Hopp, 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 ich leg ein Osterei. Wie konnten wir nur den abstoßendsten Teil dieses beliebten Feiertags vergessen? Ein so groteskes Wesen kann nur das Ergebnis dunkler Magie sein. Oh nein, er ist hierher unterwegs. Der wird uns mit seinen Eierlegmötzchen voll nerven. Ich will an Ostern keine schlechte Laune, Mann. Der Feiertag wird so der Ruinierte. Wartet, seht doch, ich glaube, er ist weg. Oh, Titans! Ist hier, wer ist hier? Gleich legt er seine Po-Eier bei uns ab. Titans, reißt euch zusammen! Ach, dieser Osteralbtraum ist weit genug gegangen. Wenn's nach mir geht, treten wir den Osterhasen ein für alle Mal aus Jump City raus. Wer ist auch dabei? Ich glaube, man ist es eh erst durch. Ich glaube, wir sollten uns mit Feiertagen nicht anlegen. Das könnte zu ner Katastrophe führen. Ich will mir aber diesen dummen Hasen krallen. Ja, ein gutes Argument. Also wirst du meine Warnung einfach ignorieren? Ja! Verstehe. Titan-Roboter aufbauen! Titan-Roboter go! Hör mit dem Vordringen auf, Hase! Oh, du bist aber ziemlich groß. Für dich drück ich was ganz Besonderes raus. Hör damit auf! Endlich, du Dusche! Aber ich muss doch meine Eier legen, damit man sie findet. Es ist ja Ostern, liebe Leute. Also, hier kommt ein großes Ei. Mein Großer. Komm schon! Was, was ich nicht mehr? Ich hatte sowas nicht raus. Das passt auf mir! Jetzt reicht das! Linke Spine, Power stampfen! Jetzt fliege ich! Linke an! Das ist lieb! Wir haben den Osterhasen besiegt! Yay! Jetzt genießen wir die Eiersuche endlich ohne das Gruselkernickel! Äh, aber wer versteckt denn jetzt die Eier, yo? Natürlich der Osterha- Oh! Ich hab gleich gesagt, es ist blöd. Wir haben keine Zeit, um über unseren Leichtsinn nachzudenken, Raven! Jetzt sorgen wir dafür, dass Jump City eine tolle Eiersuche kriegt! Aber wie ist es möglich, an die Eier der Vielfarbigkeit zu kommen? Wir stellen sie selbst her! Okay, Titans, wir brauchen viele Eier, um sie überall in der Stadt zu verstecken. Seid ihr soweit? Titans, scherbt! Ich seh' dich pinkeln! Hahaha! Ja! Wir haben drei Stunden gebraucht, um fünf Eier zu bemalen! Äh, wir müssen schneller arbeiten, Titans, sonst brennen wir alle um die Eiersuche! Du bittest uns um das Unmögliche! Es gibt so viele coole Farben hier zum Auswählen! Äh, du hast recht! Aber wie wäre es, wenn wir alle Farben vermischen? Ja, wir können alle Farben mischen und dann alle Eier auf einmal färben! Ich liebe es! Ich weiß nicht! Vielleicht legen wir uns mit Ostermächten an, die wir wieder nicht verstehen! Alle Farben zu mixen klingt allerdings echt lustig! Du sprichst mir aus dem Herzen! Also werdet ihr weiterhin meine Warnungen ignorieren! Das ist so gut! Wie immer! Hä? Ja! Ты immer! Untertitelung des ZDF, 2020